Wie kann ein Land, das sich im Krieg befindet und in dem keinen demokratischen Wahlen stattfinden können, erstmöglich Mitglied der Europäischen Union werden? Präsident Zelensky hat angekündigt, dass es nächstes Jahr keine Wahlen in der Ukraine geben wird. Trotzdem will er schnellstmöglich Mitglied in der Europäischen Union werden. Genau darüber sprechen wir heute mit unserer Europasprecherin Petra Steger. Liebe Petra, die EU-Kommission hat heute empfohlen, die Beitrittsgespräche mit der Ukraine aufzunehmen. Wie kommendierst du diesen Vorstoß der EU? Ich halte diesen Vorstoß nicht nur für vollkommen absurd, sondern auch für brandgefährlich. Offenbar reicht es noch nicht, dass wir schon Milliarden an die Ukraine überwiesen haben, dass wir mittlerweile als neutrales Land auch schon Waffen mitfinanzieren bzw. Waffentransporte auch durch Österreich zulassen. Es reicht noch nicht, dass wir uns offenbar dank der Zustimmung auch dieser Bundesregierung mitten in einem Wirtschaftskrieg befinden mit katastrophalen Auswirkungen, nicht nur für Österreich, sondern für die gesamte EU. Jetzt soll die Ukraine auch noch Mitglied werden und das, obwohl sie kein einziges Kriterium auch erfüllt, um überhaupt Mitglied werden zu können. Stichwort Kopenhager-Kriterien. Das ist nicht einfach irgendetwas, das ist gültiges Recht, das ist noch dazu europäisches Primärrecht, das ganz genau vorschreibt, welche Kriterien zu erfüllen sind, damit ein Land auch Mitglied werden kann. Darunter fallen zum Beispiel das wirtschaftliche Kriterium, eine funktionierende Marktwirtschaft. Die Ukraine ist wohl weit davon entfernt, eine funktionierende Marktwirtschaft zu haben. Das politische Kriterium, Demokratie, dazu gehören vor allem auch Wahlen. Jetzt hat Zelensky angekündigt, dass in der Ukraine keine Wahlen stattfinden sollen. Oppositionspolitiker haben ihr passives Wahlrecht verloren, ganze Parteien sind verboten. Also wir sind weit davon entfernt, dass das demokratische Kriterium erfüllt werden kann. Auch das Akquist-Kriterium ist Teil der Kopenhager-Kriterium. Das bedeutet, dass die Ukraine in der Lage sein soll, auch das europäische Recht in Nationales übernehmen zu können. Wie denn? Ohne Wahlen, ohne funktionierende Demokratie. Auch nicht möglich. Also kein einziges Kriterium wird erfüllt und die Europäische Union verfolgt zwar immer gerne rechte Regierungen umliebsame Regierungen mit allen möglichen Rechtsstaatlichkeitsverfahren. Selber bricht sie aber gültiges Recht am laufenden Band und das kann ich nur noch als schwer verwerflich bezeichnen. Und ich muss sagen, offenbar werden wir mittlerweile auch von scheinheiligen Moralisten regiert, denen die Dimension ihrer Handlungen nicht mehr bewusst ist. Die Aufnahme der Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine muss ja einstimmig beschlossen werden, das heißt von allen 27 Mitgliedstaaten, also gegebenenfalls auch Österreich. Was erwartest du hier jetzt von unserer Regierung bzw. von ÖVP-Kanzler Nehammer? Ich erwarte mir und die Österreicherinnen und Österreicher erwarten sich ein klares Veto dagegen. Es ist Aufgabe des Bundeskanzlers Nehammers in erster Linie sich für die Interessen der Österreicher und Österreicher einzusetzen. Und worin liegt das im Interesse? Liegt das Interesse Österreichs, dass die Ukraine jetzt Mitglied wird, damit wir noch mehr zahlen können, damit wir noch mehr unseres Steuergeldes irgendwo hin überweisen können? Na, natürlich nicht. Wir haben deswegen auch schon öfters in verschiedensten Ausschüssen, vom Außenpolitischen Ausschuss angefangen bis zu den EU-Ausschüssen, schon zahlreiche Anträge eingebracht, wo wir genau dieses Veto auch gefordert haben und auch gefordert haben, dass endlich gültiges Recht, nämlich die Kopenhagen-Kriterien, auch eingehalten werden. Bis jetzt haben alle Parteien diese Anträge immer abgelehnt, schwer verwerflich meiner Meinung nach. Morgen im EU-Ausschuss werden wir erneut einen solchen Antrag einbringen und ich bin gespannt, wie er diesmal reagiert. Du hast es schon angesprochen, Milliarden, Millionen Steuergeld von Europäern oder auch eben von Österreichern wurde schon in Richtung der Ukraine überwiesen, aber von Frieden ist dort noch immer keine Spur. Welchen Eindruck hast du? Ist die Europäische Union bzw. Österreich überhaupt noch daran interessiert, dass Frieden in der Ukraine herrscht? Nein, seit Beginn dieses russischen Angriffskriegs hört man kein Wort über Frieden oder Friedensverhandlungen. Vom angeblichen Friedensprojekt EU sind wir meilenweit entfernt. Stattdessen hören wir immer mehr scharfe Wortmeldungen und es findet ein ständiges Drehen an dieser Eskalationsspirale statt. Das eine ist, was die Europäische Union macht, allein das finde ich schon verwerflich, natürlich auch vieles immer dank der Zustimmung auch Österreichs überhaupt erst möglich. Aber viel schlimmer ist es, dass eben unsere Bundesregierung, die österreichische Bundesregierung, die zur Neutralität verpflichtet ist, nicht nur verfassungsrechtlich, sondern auch völkerrechtlich, diese Neutralität seit Monaten mit Füßen, Tritt und allem immer zustimmt. Und gerade da sagen wir, da muss endlich Schluss sein. Aus diesem Grund fordern wir auch endlich, dass diese Bundesregierung zurücktreten soll, dass wir unsere Neutralität mit einem Volkskanzler Herbert Kickl auch endlich sicherstellen können. Herzlichen Dank für das Gespräch.